Einen wunderschönen guten Tag, hier ist Mario Wollosch und in diesem Video möchte ich Ihnen gerne unsere neue 2-Tier-Lifetime-Provision vorstellen, mit der Sie jetzt endlich auf allen Ebenen verdienen können. Klick-Tipp sagt Danke, und zwar Danke dafür, dass viele unserer Affiliates nicht nur begeistert Klick-Tipp bewerben als Produkt, sondern auch das Partnerprogramm von Klick-Tipp empfehlen. Und das finden wir natürlich ganz toll. Und ab jetzt belohnen wir eben auch genau diese Empfehlungen, nämlich mit unserer neuen 2-Tier-Lifetime-Provision. Das heißt, es gibt über die normale Affiliate-Provision hinaus noch eine weitere Provision und in diesem Video möchte ich Ihnen alle Details zu unserer 2-Tier-Lifetime-Provision vorstellen. Ja, zunächst erstmal, unser Partnerprogramm wird dadurch natürlich noch viel lukrativer. Und bevor wir überhaupt erstmal über die 2-Tier-Lifetime-Provision reden, nochmal ganz kurz der Hinweis, Klick-Tipp, also das Partnerprogramm von Klick-Tipp, rankt seit 2015 durchgängig unter den Top 3 im Digistore, dem größten deutschsprachigen Affiliate-Marktplatz. Und wollen wir nochmal ganz kurz gucken, wo wir da aktuell stehen. Ich gehe mal kurz in meinen Browser rein, gebe jetzt mal ein Digistore24.com und gehen wir mal hier oben auf den Marktplatz. Und ich habe jetzt hier nicht weiter sortiert, aber wenn Sie nach Popularität sortieren, in allen Produkten, die es gibt, aktuell 3.500 Partnerprogramme, da ist eben das Partnerprogramm von Klick-Tipp auf Platz Nummer 1. Das kann immer mal so ein bisschen schwanken, aber der Punkt ist, wir sind mit unserem Partnerprogramm im größten deutschsprachigen Affiliate-Marktplatz seit 2015 unter dem Top 3 zu finden. Und das sollte Ihnen einfach auch zu denken geben und einfach, dass Sie das auch wissen, Sie bewerben hier also ein Top-Produkt und eben auch ein Top-Partnerprogramm. Und für beides werden Sie dementsprechend jetzt hier auch fürstlich vergütet. Der nächste Punkt ist, wenn Sie Klick-Tipp bewerben, dann bewerben Sie ein sehr innovatives Produkt, das von uns ständig weiterentwickelt wird. Jede Woche spielen wir neue Updates in Klick-Tipp rein. Klick-Tipp entwickelt sich rasant weiter und zwar nicht nur rein vom Produkt, sondern auch als Unternehmen. Wir sind jetzt 30 Leute, die alle gemeinsam an Klick-Tipp arbeiten. Also das ist schon wirklich eine sehr, sehr fähige Mannschaft und wir stecken da richtig, richtig viel Herzblut rein. Und damit Sie das nicht nur von mir gehört haben, dass Klick-Tipp eben ein innovatives Produkt ist, möchte ich mal ganz kurz an dieser Stelle einfach mal unsere Affiliates zu Wort kommen, die Ihnen da vielleicht auch noch mal Ihre eigene Meinung sagen können. Okay, das erste ist einmal, dass ich ja meinen Kunden nur Dinge empfehle, bei denen ich von der Qualität überzeugt bin. Das ist mal so eine Grundlage und das ist für mich selbstverständlich bei euch, weil ich auch weiß, wie akribisch du arbeitest. Klick-Tipp ist natürlich auch rein vom Produkt selber, ist ja auch wichtig, dass wenn man eine Sache bewirbt, dass man ein gutes Gefühl dabei hat, wenn man es bewirbt. Und das ist bei Klick-Tipp definitiv der Fall. Wir sind sehr zufrieden mit Klick-Tipp, mit der Software, wir nutzen sie selber in allen möglichen Märkten und Ventures. Also das Wichtigste für mich war ja, dass ich wirklich dahinter stehe. Das, was ich bewerbe, sollte tatsächlich auch eine Qualität haben. Und bei Klick-Tipp haben wir eben diese Qualität. Ich nutze ja Klick-Tipp selber. Und ich bin schon Jahre lang Klick-Tipp-Kunde und war immer super zufrieden. Ich bin immer super zufrieden. Du steckst da richtig Herzblut rein, dein ganzes Team baut es permanent aus, geht auf Kundenfeedbacks ein. Und es ist ganz, ganz wertvoll. Ihr macht das Ding wirklich für uns Marketer. Ich nutze es selber. Das ist die einzige E-Mail-Marketing-Software, die ich nutze. Und empfehle es meinen Kunden, meinen Interessenten. Und es ist ein innovatives Produkt. Und jeder sollte Klick-Tipp nutzen. Ja, sehr schön. Und der nächste Punkt ist eben auch, dadurch, dass Klick-Tipp ein Produkt ist, was man, wenn man es einmal nutzt, davon einfach nicht mehr wegkommt, was so viel Spaß macht und so gute Resultate gibt. Deshalb bleiben die Kunden natürlich auch sehr langfristig bei uns. Und deshalb hat Klick-Tipp eine überragende Customer Lifetime. Und das bedeutet eben für Sie, dadurch, dass wir Lifetime-Provisionen auszahlen, und zwar zum einen Lifetime-Partner-Provisionen auf der ersten Ebene, Lifetime-Provisionen für Verkäufe, die Sie direkt durch die Empfehlung von Klick-Tippen auszahlen. Aber zum anderen natürlich auch über unsere Two-Tier-Lifetime-Provisionen erzielen Sie hier wirklich in unserem Partnerprogramm wiederkehrende Einnahmen. Und auch, damit Sie das nochmal von einigen unserer Affiliates gehört haben, hier an dieser Stelle auch nochmal ganz kurz unsere Affiliates dazu. Was für mich als Affiliate-Marketer zuerst mal genial ist, Klick-Tipp ist ein Abo. Also immer wiederkehrende Einnahmen. Bewerbe ich eh von Grund auf sehr, sehr gerne. Das ist ein Abo-Modell. Es gibt eine monatliche wiederkehrende Provision. Das heißt, ich werbe einmal an Kunden und solange der bei Klick-Tipp bleibt, ja, verdiene ich eben Geld da dran. Und das ist auch ganz, ist sehr angenehm. Dass ich hier wiederkehrende Einnahmen habe. Ich habe ja hier ein Produkt, das sehr, sehr langlebig ist, dass die meine Kunden sehr, sehr lange nutzen. Und dadurch habe ich halt immer wieder Monat für Monat im Prinzip meine Einnahmen. Was ich sehr gut finde einfach bei den Kunden ist, dadurch, dass das Produkt einfach eine gute Qualität hat, bleiben sie sehr, sehr lange bei Klick-Tipp. Somit staffelt sich das Ganze Monat für Monat richtig hohe Einnahmen. Also wir haben sehr gute, ich kann eigentlich sagen, dass ich zwei Mitarbeiter schon dadurch bezahle. Mit Klick-Tipp ist wirklich ein Produkt entstanden, was eben eine extrem hohe Kundenbindung hat aufgrund der Anwendung. Also man sagt ja auch Consumption. Die Leute konsumieren es, die Leute nutzen es und deswegen sind die Kunden eben gebunden. Und deswegen ist es sehr smart, das Partnerprogramm oder Klick-Tipp zu bewerben mit dem Partnerprogramm, da man eben dadurch diesen Engpass löst. Man hat eben wiederkehrende Einnahmen. Dass die Provision nicht einmalig niedrig ist, sondern attraktiv und dann eben auch dauerhaft sozusagen. Sprich also auch da ein gewisser Lifetime-Value, den ich erreiche. Und das finde ich bei Klick-Tipp sehr attraktiv. Und deshalb ist das ein sehr, sehr gutes Partnerprogramm. Ja, und ein weiterer absoluter, ein weiteres wirklich wichtiges Alleinstellungsmerkmal von unserem Partnerprogramm ist unser Multi-Device-Tracking, über das wir eben verhindern, dass Sie als Affiliate Verluste haben durch Cookie-Tracking, durch wechselnde Browser, durch wechselnde Endgeräte. Ja, stellt sich vor, Sie bewerben, Sie empfehlen zum Beispiel ein Produkt und einer Ihrer Kunden klickt auf den Link, findet das interessant und geht dann abends auf den Rechner zu Hause nochmal auf die Webseite von dem Anbieter und dann hat er eben gerade dort eben kein Cookie auf seinem Rechner und kauft dann dort das Produkt und Sie haben dadurch eben Ihre Affiliate-Provision verloren. Und genau das kann eben bei Klick-Tipp nicht passieren. Dadurch, dass wir eben Multi-Device-Tracking haben. Dazu finden Sie bei uns im YouTube-Kanal nochmal ein separates Video. Und auch am Ende von diesem Video werde ich dazu noch ein kurzes paar Hinweise geben. Wir haben das Multi-Device-Tracking nämlich auch nochmal weiterentwickelt. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt, warum unser Partnerprogramm so erfolgreich ist, ist, weil wir Marketing etwas anders machen als vielleicht einige unserer Wettbewerbe oder als viele Leute Marketing machen. Wir gehen nämlich den Weg des sogenannten Education-Marketings. Das bedeutet, wir bilden unsere Kunden eben aus und erzeugen sozusagen in der Ausbildung einen Bedarf für Klick-Tipp und dann dementsprechend kaufen die Leute dann, weil sie einfach das, was sie in der Schulung gelernt haben, auch umsetzen wollen, Klick-Tipp, damit sie es eben ganz einfach umsetzen können. Und damit wir das eben automatisiert anbieten können, damit wir das eben einer großen Zielgruppe zur Verfügung stellen können, und deshalb haben wir eine sehr, sehr ausführliche Online-Schulung über E-Mail-Marketing und über Marketing-Automatisierung erstellt. Und das ist also, bei Klick-Tipp bewerben Sie als Affiliate eben keine plumpe Verkaufsseite mit einer sehr, sehr geringen Conversion-Rate, sondern eine wirklich einzigartige Schulung mit einem extrem hohen Nutzwert. Ihre Kunden und Interessenten, denen Sie dieses Webinar empfehlen, die bekommen da zwei Stunden Top-Inhalte über E-Mail-Marketing und Marketing-Automatisierung und am Ende dieses Webinars, dieser Schulung, stellen wir natürlich auch die Vorteile von Klick-Tipp dann dar und verraten in der gesamten Schulung eben, was wir in den letzten acht Jahren über Online-Marketing da gelernt haben. Die Schulung ist so gut von Inhalt, dass wir da Kommentare haben, wie ich traue mich nicht auf Toilette zu gehen oder ich will ein Kind von euch oder für euch lasse ich Bayern gegen Realsausen. Also das ist wirklich, wirklich begeistertes Feedback, was wir da bekommen. Und das zeigen eben auch Chat-Umfragen und die Kaufraten immer wieder, dass die Teilnehmer wirklich begeistert sind. Und aufgrund dieses, ja, ich möchte schon wirklich sagen, einzigartigen Marketing-Ansatzes, den wir hier verfolgen, also wir bilden die Leute aus, wir geben denen extrem viel Value mit an die Hand und danach sind die Leute einfach dankbar, wollen es umsetzen und das tut es umsetzen und es ist einfach Klick-Tipp. Das führt eben dazu, dass wir über diese Schulung astronomische Kaufraten erreichen, nämlich 17 bis 38 Prozent Kaufrate und das über einen sehr, sehr langen Zeitraum mit sehr, sehr vielen Teilnehmern. Wir haben jetzt mehrere Dutzende, Zehntausende Besucher in diesem Seminar gehabt. Also das ist wirklich eine Riesenreichweite, die wir damit erreicht haben. Und über so eine große Zahl solche Kaufraten zu erreichen, das ist schon wirklich extrem gut. Und ja, damit Sie das auch mal nicht nur von mir gehört haben, auch hier an dieser Stelle nochmal unsere Affiliates dazu. Wenn ich Affiliate-Programme bewerbe, dann sind mir in der Regel zwei Dinge wichtig, die sehe ich bei Klick-Tipp eben mehr als bei allen anderen erfüllt. Das erste ist, dass es gut kompetiert. Das bedeutet also, wenn ich eine Empfehlung ausspreche und Traffic auf eine Seite schicke, dass dann der Traffic nicht ins Leere läuft, sondern dass auch möglichst viele Menschen dann das Angebot annehmen und kaufen. Dazu kommt noch, dass es eine extrem hohe Conversion-Rate hat und eine sehr hohe Kundenzufriedenheit hat. Das heißt also, es ist eine sehr clevere Sache, das eben Cross-Selling mit einem B2B-Business zu bewerben. Das Allerallerwichtigste für mich, wenn ich ein Produkt bewerbe, ist die Conversion, die dahinter steht. Sprich, was nutzt mir, wenn ich tausend E-Mails versende für ein Produkt und ich verkaufe am Ende eins. Und da ist Klick-Tipp mit eines der Conversion-stärksten Produkte durch dieses phänomenale Webinar. Also kann man nicht anders sagen. Ihr macht ein phänomenales Angebot am Ende, da kann eigentlich keiner vorbei. Und da ist der Grund, warum ich wöchentlich Klick-Tipp bewerbe. Und ganz entscheidend, was macht ihr, wie verarbeitet ihr meine Leute, die ich auf Empfehlungen zu euch schicke, könnt ihr die entsprechend schnell zu Kunden machen, dass ich was im Endeffekt davon habe und dass im Prinzip die Kunden was davon haben. Und da seid ihr natürlich unschlagbar. Einfach, wenn ich das Webinar von euch ansehe, wo es dem Kunden sehr, sehr einfach gemacht wird, dort einzusteigen. Und von daher gesehen ist das Philips-Programm einfach mega gut. Das ist das eine. Und das zweite, was auch immer noch hinzukommt, ist, wenn man etwas bewirbt, dann will man ja auch manchmal nicht unbedingt so hart jemandem was verkaufen müssen. Aber Klick-Tipp muss man nicht hart verkaufen, weil es braucht einfach jeder Unternehmer. Jeder, der online ein Business aufbauen will, braucht eine E-Mail-Marketing-Lösung, um damit erfolgreich im Internet agieren zu können. Und deswegen ist es logisch, dass man es seinen Kunden empfiehlt, seinen Interzenten empfiehlt. Und deswegen auch von meiner Seite aus kann ich jedem nur empfehlen, das Klick-Tipp-Filier-Programm zu nutzen. Genau. Schauen wir uns dazu mal ein unrealistisches Rechenbeispiel an. Und warum das Rechenbeispiel unrealistisch ist, da kommen wir dann auch gleich drauf. Stellen Sie sich mal vor, Sie melden sich einfach jetzt kostenlos zu unserem Partnerprogramm an und schnappen sich einfach einen von unseren klickstarken Bannern und fügen den auf Ihre Webseite ein. Übrigens, was Banner angeht, da finden Sie bei uns eine ganze, ganze, ganze Reihe von sehr, sehr stylischen Bannern. Sehr, sehr klickstark, die haben wir durchgetestet. Hier mal eine ganz kleine Auswahl davon, was wir Ihnen da eben an Bannern anbieten. In allen Formaten, die es gibt, finden Sie da wirklich richtig, richtig tolle Werbemittel. Und ja, Sie suchen sich jetzt einfach von einem dieser Banner aus, packen den auf Ihre Webseite ein. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, pro Tag klicken fünf Leute, fünf ihrer Besucher auf diesen Banner. Einfach, dass wir mal ein paar Zahlen haben. Das heißt, fünf Besucher pro Tag klicken auf den Banner im Durchschnitt. Und ich habe jetzt mal die Zahlen so mal genommen, so das, was wir ganz normal im Durchschnitt erreichen. Das sind dann pro Monat ungefähr 150 Leute, die da auf den Banner geklickt haben. Und wenn 150 Leute bei uns auf die Webinar-Anmeldeseite gekommen sind, dann haben wir im Durchschnitt ungefähr 25 Teilnehmer, die im Webinar selber gewesen sind. Ja, und bei 17 bis 38 Prozent Kaufrate haben wir eben von den 25 Teilnehmern, die das Webinar besucht haben, etwa zehn Leute, die das Webinar testen. Und acht davon, die begeisterte Klick-Tipp-Kunden werden und eben dementsprechend auch bleiben. Und genau, Ihre Lifetime-Provision, die beträgt ja bei Klick-Tipp 25 Prozent, beziehungsweise wenn Sie Certified Consultant werden, dann eben 30 Prozent. Und diese 25 Prozent, die bekommen Sie eben dann ausgezahlt über Digistore, also über den größten deutschsprachigen Reseller von Infoprodukten und für Software. Und Sie bekommen es eben mit Affiliate-Schutz eben dementsprechend ausgezahlt. Und der Auszahlung haben wir auch gar nichts zu tun, das macht alles Digistore für uns. Und wenn wir jetzt weiterhin die Zahlen ansetzen, die wir bei uns typischerweise erreichen, dann haben wir da zweimal Standard, einmal Premium, viermal Deluxe und einmal Enterprise. Das Interessante an dem Webinar ist nämlich, dass die meisten Kunden dort nämlich Klick-Tipp-Deluxe kaufen und wir dann sozusagen im Backend über telefonische Beratung, da sind wir dann wieder bei Education Marketing, wir telefonieren die Leute nicht einfach so ab, sondern die Leute stellen uns im Webinar viele Fragen. Und wir vereinbaren dann über unser Customer Happiness Team Telefontermine mit den Kunden und beantworten dann dementsprechend in einem solchen Telefonberatungsgespräch dann alle Fragen und empfehlen dann natürlich auch Klick-Tipp-Enterprise und so kommen eben von dementsprechend acht Leuten dann auch mal ein Klick-Tipp-Enterprise-Kunde dabei raus. Und wenn man da die Zahlen einfach zusammensetzt, das habe ich jetzt mal für Sie gemacht, dann haben Sie nach einem Jahr 5.858 Euro Nettoverkaufserlös und davon bekommen Sie eben 25 Prozent. Das heißt, es sind 1.464 Euro Affiliate-Provision allein im ersten Jahr und das entsprechen eben 122 Euro pro Monat. Und schauen wir uns mal ganz kurz Ihren Return on Investment an. Also letztendlich ist ja Ihre Investition, die Sie dafür getan haben, 30 Minuten Ihrer Zeit, das war maximal, jetzt müssen Sie sich einmal einloggen in Ihr Klick-Tipp-Partner-Konto, suchen Sie sich einen Banner aus, kopieren den Quertext, fügen den Mail, sich auf der Webseite ein und das war's. Also da ist jetzt nicht irgendwie viel Arbeit mit verbunden. Und Ihr Gewinn davon beträgt aber eben 1.464 Euro. Das heißt, Sie haben ja einen Stundenlohn von 2.929 Euro und dementsprechend einen Minutenlohn von knapp 50 Euro. Also das ist schon eine sehr, sehr lukrative Tätigkeit, die Sie da durchführen können. Und nochmal, das ist ein unrealistisches Rechenbeispiel. Warum? Dazu kommen wir gleich. Das liegt nämlich daran, dass Ihre Zahlen hier noch viel, viel höher ausfallen werden, aber dazu gleich mehr. Der Punkt ist einfach, andere Partnerprogramme enden genau an dieser Stelle. Jetzt ist es aber so, dass ja von den Klick-Tipp-Kunden sich natürlich auch welche zu unserem Partnerprogramm anmelden werden. Ganz einfach, weil natürlich das Produkt gut ist, weil es Spaß macht, damit zu arbeiten und ja, weil Sie es einfach empfehlen möchten. Und dementsprechend wollen natürlich Ihre Kunden das auch empfehlen. Und jetzt unterstellen wir einfach mal, dass sich von den 8 Kunden 4 zu unserem Partnerprogramm anmelden. Das ist übrigens eine viel zu geringe Zahl. Es melden sich fast alle Kunden zu unserem Partnerprogramm, aber nehmen wir mal an, das ist in Ihrem Fall nur die Hälfte. Und davon fügt nur ein einziger wieder auch einen Banner auf seiner Webseite ein. Und der Rest bleibt einfach ganz genauso, wie es jetzt in dem Beispiel eben auch war. Fünf Klicks pro Tag, 25 Webinar-Teilnehmer pro Monat und dementsprechend acht Klick-Tipp-Kunden. Einfach nur mal, dass man das einmal durchgerechnet hat an der Stelle. Und Ihr Affiliate verdient dann dementsprechend im ersten Jahr genau dasselbe, was Sie auch verdient haben, nämlich 1.464 Euro. So, unterstellen wir einfach mal das. Das Erste, was dann passieren wird, ist, dass Ihnen Ihr Affiliate, also Ihr Kunde, den Sie geworben haben, dafür sehr dankbar sein wird. Und das Zweite, was jetzt passiert in Zukunft, ist, dass Sie für diese Tätigkeit, wenn Sie unser Partnerprogramm auch empfehlen und das Erfolgreich empfehlen, eben auch eine Provision bekommt. Ja, und diese Provision, das nennt man eben Two-Tier-Provision. Und man könnte auch auf Deutsch sagen, Zwei-Stufen-Provision. Das heißt, Sie werden jetzt auch beteiligt an den Provisionen Ihrer Kunden, wenn die eben ebenfalls affiliiert werden und Klick-Tipp erfolgreich vermarkten. Jetzt muss man dazu wissen, Two-Tier-Provisionen werden, also das, was ich kenne, nur von wenigen, also sehr wenigen Partnerprogrammen angeboten. Und zwar vorrangig in, ja, doch etwas unseriösen Nischen, dazu zählen insbesondere Erotik, Glücksspiel, Forex, so diese Gegend. Da sind Two-Tier-Provisionen schon, ja, recht deutlich und auch sehr oft zu sehen. Und dort ist der übliche Standard eben 10% auf die Affiliate-Provision. Also wenn Sie ein Affiliate werben für ein Partnerprogramm im Glücksspielbereich, dann ist typisch, dass Sie auf die Affiliate-Provision von Ihrem Affiliate 10% bekommen. Und das Schöne ist eben jetzt bei Klick-Tipp, dass diese Two-Tier-Provision, also diese Zwei-Stufen-Provision, jetzt endlich auch für Sie als seriösen Affiliate sozusagen verfügbar ist. Und dementsprechend auch für ein seriöses Produkt, was Sie weiterempfehlen können, nämlich Klick-Tipp. Und jetzt fragen Sie sich bestimmt, ja Gott, wie hoch ist denn jetzt bitte schön diese Provision? Und wir möchten hier gerne einen neuen Standard setzen. Deshalb haben wir uns entschieden, diese Two-Tier-Affiliate-Provision auf 20% festzusetzen. Das heißt, Sie bekommen 20% auf die Provision Ihrer Affiliates, wenn Sie unser Partnerprogramm empfehlen. Ich möchte noch mal ganz kurz die Verdienstmöglichkeiten hier dementsprechend darstellen. Also Sie bekommen auf die direkten Klick-Tipp-Verkäufe, bekommen Sie eine Lifetime-Provision von 25%. Und die Two-Tier-Lifetime-Provision auf die Lifetime-Provision Ihrer Affiliates beträgt nochmal 20% on top. Und wenn wir das jetzt mal ausrechnen, 20% auf 1.474 Euro. In diesem Beispiel sind also 2,92 Euro, 95 allein im ersten Jahr. Und Lifetime bedeutet halt wirklich, solange die Kunden Ihre Affiliates Klick-Tipp nutzen, beziehungsweise solange Ihre Kunden Klick-Tipp nutzen. Und die Customer Lifetime-Provision ist bei uns sehr, sehr hoch. Also das lohnt sich, das ist ein echtes passives Einkommen. Und zwar ein kalkulierbares passives Einkommen, ein krisensicheres passives Einkommen für Sie. Warum ist das jetzt ein unrealistisches Beispiel gewesen? Nun, zunächst das Mal habe ich jetzt hier unterstellt, dass Sie den Banner nach einem Monat wieder vom Netz nehmen. Weil das war wirklich nur die Berechnung, okay, nach einem Monat haben wir 150 Klicks, 25 Webinar-Teilnehmer und das führt eben dazu. Und Sie nehmen ja nicht den Banner wieder nach einem Monat vom Netz. Und der zweite Punkt ist auch, Ihr Affiliate nimmt den Banner ja auch nicht nach einem Monat wieder vom Netz, sondern wenn der einmal Geld bringt, dann werden Sie ja wohl den Banner einfach auf Ihrer Webseite drauflassen, weil Sie profitieren ja davon. Der nächste Punkt ist auch, wir bieten nicht nur Banner in unserem Partnerprogramm an, sondern eine ganze Reihe von sehr, 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 ja, vielen getesteten weiteren Werbemitteln. Also PDF-Reports, Blog-Beiträge, Videos, ganz viele Comic-Videos, die wir jetzt dafür haben. Also wirklich eine ganze Reihe. Dann kommen jetzt bald ganz viele Kampagnen, die wir noch mit reinstellen in das Partnerprogramm. Also da ist richtig, richtig viel Musik drin. Also wir bieten hier nicht nur Werbemittel an, nicht nur Banner als Werbemittel, sondern eine ganze Reihe von anderen Werbemitteln, die Sie als Affiliate einfach sehr einfach machen werden, da eben Klick-Tipps sehr einfach zu bewerben. Und der Punkt ist auch, Ihre Kunden kündigen nicht nach allem, ja. Die meisten Kunden, die bei uns einmal Kunde sind, die bleiben wir immer bei Klick-Tipp, weil wenn, sobald die da ihre ersten Lead-Prozesse laufen haben und sich dort in Klick-Tipp in Ihre Kampagnen Leute eintragen, dann kündigen die Kunden nicht mehr, die bleiben bei Klick-Tipp. Und der nächste Punkt ist auch, fast jeder Kunde wird bei uns Affiliate. Und das Schöne hierbei ist auch, überlegen Sie sich mal, was das für ein Zusatzaufwand für Sie ist, für diese 2-Tier-Lifetime-Produktion. Der Zusatzaufwand ist Null. Sie haben keinen zusätzlichen Aufwand, weil wir ja ein Multi-Device-Tracking haben. Das bedeutet, sobald sich ein Kunde von Ihnen bei uns im Partnerprogramm anmeldet, dann weisen wir Sie eben als Top-Affiliate für diesen Kunden zu. Und jedes Mal, wenn dieser Affiliate dann Kunden vermittelt und dadurch eine Provision bekommt, dann bekommt Sie eben dafür Ihre 2-Tier-Lifetime-Provision. Natürlich werden Sie mit unserem Partnerprogramm, natürlich werden Sie noch sehr viel mehr 2-Tier-Lifetime-Provision bekommen, wenn Sie unser Partnerprogramm direkt bewerben, über die Werbemittel, die wir Ihnen da auch mit zur Verfügung stellen. Aber selbst ohne das lohnt es sich schon, unser Webinar zu bewerben, weil allein dadurch wird es auch schon Leute geben, die Kunden werden und die letztendlich dann auch sich als Partner registrieren. Und die haben Sie dann sozusagen für immer bei sich unter, in Ihrer ersten Ebene letztendlich unter sich. Ja, schauen wir uns nochmal ganz kurz das Tracking an. Und da möchte ich Sie noch auf eine wichtige Sache hinweisen. Nämlich die meisten Partnerprogramme funktionieren über ein sogenanntes Cookie-Tracking. Das heißt, man klickt auf den Affiliate-Link, dann wird ein Cookie gesetzt. Und wenn dann derjenige, der auf den Cookie geklickt hat, das Produkt kauft, dann wird derjenige eben als, ja, wird die Provision gutgeschrieben, genau in diesem Moment. Das Problem dabei ist, wenn der Besucher seine Cookies löscht, dann sind Ihre Lifetime-Provisionen komplett verloren. Wenn Ihr Besucher den Browser wechselt, sind all Ihre Lifetime-Provisionen verloren. Wenn der Besucher das Endgerät wechselt, sind all Ihre Lifetime-Provisionen verloren. Und weil das ja nicht cool ist, deshalb haben wir bei Clicktip schon im Jahr 2014 unser sogenanntes Multi-Device-Tracking implementiert. Und das funktioniert wie folgt. Ein User klickt auf Ihren Affiliate-Link und gelangt somit zur Online-Schulung. Und die Landingpage unserer Online-Schulung kodiert Ihre individuelle Affiliate-ID in einem Hash-Key. Das heißt, Ihre Affiliate-ID ist für den User, den Sie empfehlen, der sozusagen über Ihren Affiliate-Link auf die Landingpage kommt, nicht erkennbar. Und wenn sich jetzt der User zur Schulung anmeldet, dann ist Ihre individuelle Affiliate-ID für immer in der Datenbank bei uns gespeichert. Und damit Sie das mal kurz sehen, wie das funktioniert, ich gehe jetzt mal ganz kurz auf die Clicktip-Webseite über den Affiliate-Link, der von unserem Testkonto, der über unser Testkonto auf die Webinar-Anmeldeseite zeigt. Diesen Affiliate-Link können Sie sich dann später aus Ihrem Konto hinaus herauskopieren. Ich klicke jetzt mal hier drauf und dann kommen Sie dementsprechend auf die Webinar-Anmeldeseite. Und hier oben diese URL, das ist dieser Hash. Und wenn ich mich jetzt hier eintrage, dann ist eben Ihre Affiliate-ID, die jetzt hier in diesem Hash kodiert ist, für immer bei uns in der Datenbank gespeichert. Das heißt, wenn dieser Kunde in das Webinar geht und von dort aus dann unser Sonderangebot wahrnimmt, geht das über unsere API-Schnittstelle zu Digistool, übertragen wir Ihre Affiliate-ID. Wenn der Kunde dann Kunde geworden ist, hat er immer noch Ihre Affiliate-ID in seinem Bauch. Wenn er sich danach bei uns zum Partnerprogramm anmeldet, dann übertragen wir Ihre Digistool-ID direkt an Digistool und dementsprechend sind Sie immer der Top-Affiliate für diesen Affiliate. Das möchte ich Ihnen auch mal kurz zeigen, damit Sie es mal gesehen haben. Ich gehe jetzt mal in Safari und lösche jetzt mal komplett den Verlauf. Und rufe jetzt diese, rufe die Webinar-Seite nochmal dementsprechend aus. 4591, jetzt haben wir sozusagen hier unser Kuppel. Und selbst wenn ich mich jetzt hier nicht anmelde, gehe ich jetzt nochmal zurück auf klick-mustipp.com. Und wenn ich mich jetzt hier über diesen Button danach bei Digistool zum Partner anmelde, dann haben Sie hier oben nur für ein geübtes Auge sichtbar diese zusätzliche Affiliate-Kennung. Und das ist eben genau die Affiliate-Kennung von dem Partnerkonto bei uns 4591. Das heißt, wir übertragen über das Multi-Device-Tracking, wir machen hier nicht einfach nur ein Cookie-Tracking und Digistool-Affiliate. Nein, wir speichern die Affiliate-ID wirklich direkt bei uns in der Datenbank drin. Und dann ist es völlig egal, auf welchem Endgerät, auf welchem Browser sich später Ihre Kunden als bei uns im Partnerprogramm anmelden. Immer bekommen Sie Ihre Two-Tier-Lifetime-Provisionen zugerechnet. Für immer sind Sie sozusagen der Top-Affiliate für unseren Affiliate. Also aus meiner Sicht eine ganz, ganz tolle Sache, weil Sie sich damit eben wirklich ein echtes, passives Einkommen dementsprechend aufbauen können. Der Punkt ist einfach, dank des Multi-Device-Trackings von Clicktip erhalten Sie all Ihre Lifetime-Provisionen wirklich vollständig. Und Sie verlieren nie wieder auch nur einen Cent durch Cookie-Tracking. Und seitdem wir umgestellt haben auf das Multi-Device-Tracking im Sommer 2014, haben wir in den Monaten danach gesehen, dass wir 46% mehr Affiliate-Provisionen ausgeschüttet haben. Also wir haben das danach mal analysiert, die Affiliate-Provision pro Affiliate ist in den Monaten danach, ich glaube wir haben das 3-4 Monate danach nochmal wiederholt. Und haben dann eben festgestellt, dass wir 46% mehr Affiliate-Provisionen ausgeschüttet haben. Und das ist aus meiner Sicht doch schon eine sehr, sehr, ja, das ist eine signifikante Zahl. Was natürlich wiederum dazu führt, dass unser Partnerprogramm für unsere Affiliates sehr lukrativ ist und dadurch wiederum eine Sogwirkung im Markt entsteht, weil unsere Affiliates unser Partnerprogramm natürlich sehr intensiv bewerben und dementsprechend unser Partnerprogramm im Digistorm-Markt, das einfach extrem populär ist. Also ehrliche Arbeit zahlt sich einfach aus. Werden Sie Teil der Bewegung. Unser Partnerprogramm ist das beliebteste Partnerprogramm im deutschsprachigen Raum. Wir haben ein innovatives Produkt mit einem überragenden Customer Lifetime. Wir haben Multi-Device-Tracking, das heißt Sie haben nie wieder Verluste durch wechselnde Browser und Endgeräte. Und ab sofort können Sie nicht nur 25% Lifetime-Provisionen auf Ihre Verkäufe verdienen, sondern darüber hinaus eben auch noch 20% Lifetime-Provisionen bekommen auf die Provisionen Ihrer Affiliates. Also ein wirklich echtes, passives, reales Einkommen, krisensicher und kalkulierbar. Ja, wenn Sie noch kein Partner sind bei uns, melden Sie sich an zum Partnerprogramm. Das können Sie einfach tun, www.clicktip.com-partnerprogramm. Den Link dazu finden Sie, wenn Sie in YouTube schauen, auch mal direkt hier unter diesem Video. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und ich danke Ihnen dafür, dass Sie Clicktip unterstützen und unser Partnerprogramm weiter, um unser Partnerprogramm noch populärer zu machen. Und ja, um einfach Clicktip zu unterstützen und auch dem deutschen Mittelstand zu helfen, deutschen kleinen Unternehmern zu helfen, noch mehr, noch profitabler zu werden, damit eben auch wir in Deutschland auch mal gutes Online-Marketing machen. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.